Grüß dich und herzlich willkommen zurück. Ich bin die Vanessa Blank von Outdoor Bavaria. Schön, dass du auch heute wieder mit reinklickst, denn heute habe ich euch was ganz was tolles, was freudiges mitzuteilen. Ein paar von euch haben es schon vermutet. Ich habe auch schon jahrelang immer wieder Nachfragen bekommen, wann es denn endlich soweit ist. Und jetzt kann ich sagen, es ist soweit. Ich schreibe ein Buch. Meinen Kanal gibt es jetzt schon eine beträchtliche Zeit und in all den Jahren, in denen ich auf YouTube unterwegs gewesen bin, kam immer wieder die Nachfrage, Vanessa, allein dein Pflanzenwissen, wann schreibst du denn mal ein Buch darüber? Ich wäre sehr daran interessiert, ein Buch von dir zu kaufen, weil mich die Themen, die du ansprichst, eben sehr interessieren. Und ja, es war schon immer so ein kleiner Traum von mir, ein Buch zu schreiben, aber ich will natürlich nichts versprechen, was vielleicht nicht Realität wird. Ich möchte ja nicht das Blaue vom Himmel malen, sondern wirklich nur euch was erzählen, was Hand und Fuß hat. Und das konnte ich all die Jahre nicht. Und jetzt in den letzten Wochen kamen auch immer wieder Anfragen zwecks Buch. Und da ist es mir dann schon schwer gefallen, die richtige Antwort zu geben, denn da haben die Verhandlungen schon am Laufen gewesen. Und jetzt kann ich aber sagen, es ist alles unter Dach und Fach. Ich habe einen Vertrag unterschrieben und jetzt geht es wirklich los. Jetzt wird es ernst. Jetzt wird es konkret. Jetzt fange ich an, mein Buch zu schreiben. Wer sich vielleicht mit dem Verlagswesen ein bisschen auskennt, der weiß, dass es gar nicht so einfach ist, den richtigen Verlag zu finden. Denn auch da kann wirklich richtig viel schief gehen. Man muss schon die richtigen Konditionen aushandeln und auch das Zwischenmenschliche muss einfach passen. Und ich hatte jetzt das Riesenglück, dass nicht ich nach einem Verlag suchen musste, sondern dass der Verlag auf mich zugekommen ist. Ich hatte zwar dieses Thema Buch auch die ganzen Jahre im Hinterkopf, aber ich habe mir die Umsetzung eigentlich schwerer vorgestellt, als es wirklich ist und darum diese Pläne so ein bisschen auf Eis gelegt. Aber wenn ich was gelernt habe in den letzten Jahren, dann ist es, dass sich im Leben fast nichts planen lässt. Und wenn sich eine Tür öffnet, dann sollte man da auch hineintreten, weil sonst schließt sie sich wieder. Und natürlich öffnet sich dann wieder eine andere Tür. Aber ich habe gelernt, dass ich Chancen, die sich bieten, dass ich die einfach am Schopf packen muss. Und genau das habe ich jetzt gemacht. Ein relativ großer Vertrag ist auf mich zugekommen und hat mich zu einem Gespräch, zu einem Meeting eingeladen. Wir haben uns zusammen gehockt und die Frage kam auf, bei dem, was ich erlebe, bei dem, was ich mache, warum bin ich da nicht schon eher auf die Idee gekommen, ein Buch zu schreiben. Ja, und nachdem ich das ja eigentlich eh schon die ganze Zeit machen wollte, nur noch nach dem richtigen Partner gesucht habe, beziehungsweise nach dem richtigen Moment, hat sich jetzt der eins zum anderen gefügt. Und ich habe einen starken Partner an meiner Seite. Ich habe ein gutes zwischenmenschliches Verhältnis. Das sind ganz bürokratisch, bloß über Papier, sondern, ja, dass man demjenigen auch sympathisch ist, gegenseitig. Und dass man sich auf einer normalen, freundschaftlichen Ebene auch unterhalten kann. Das ist der Fall und darüber freue ich mich wirklich sehr. Ich habe meine Unterschrift unter diesen Vertrag gesetzt. Und jetzt habe ich 13 Monate Zeit, meine Gedanken und meine Erlebnisse, meine Tipps und Tricks, alles, was das Thema befasst, auf Papier zu bringen. Vielleicht habt ihr schon eine Ahnung, in welche Richtung dieses Buch gehen wird. Genaue Details gebe ich natürlich noch nicht bekannt. Das ist noch so ein bisschen der Überraschungsfaktor. Aber ihr wisst, wie mein Lebensstil aussieht. Ihr wisst, was ich mache, was meine Hobbys sind. Und von dem her ist es nicht ganz so schwierig zu erraten, um was es sich in diesem Buch drehen wird. Jetzt habe ich es ja schon gesagt. 13 Monate Zeit habe ich, um das Ganze niederzubringen. Für den einen oder anderen ist es viel Zeit. Tatsächlich ist es aber nicht viel Zeit, um ein Buch zu schreiben. Der Zeitplan ist relativ straff. Und jetzt wird sich bei euch natürlich die Frage stellen, was bedeutet das konkret für uns? Ändert sich dadurch irgendwas bei deinen Videos? Dazu möchte ich sagen, dass sich bei den YouTube-Videos erstmal nichts ändern wird. Mein Hauptstandbein ist und bleibt YouTube und dabei wird es auch bleiben. Es gibt weiterhin auf jedem Kanal zwei Videos pro Woche. Das einzige, was ich vielleicht ändern kann in der heißen Phase, also nächstes Jahr dann im Sommer, wenn mein Zeitplan relativ eng ist, dass sich die Uploadzeiten verändern. Ich habe jetzt immer die Uploadzeit Samstag und Sonntag. Und da bin ich echt überrascht, wie viele da inzwischen zu meinem Stammpublikum gehören, die am Wochenende aufstehen und sich erstmal meine Videos anschauen und dann schreiben. Sie sitzen jetzt mit Kaffee und Frühstück vor dem Laptop oder vor dem Fernseher und schauen sich, um einen guten Start in den Tag zu haben, erstmal meine Videos an. Es ist natürlich immer wieder toll zu lesen, dass die Leute wirklich freuen, dass jetzt am Wochenende ein Video online geht. Finde ich immer wieder ganz schön zu lesen. Also das könnte sich vielleicht ein paar Mal verändern, dass einfach die Uploadzeiten sich verschieben, dass ich da relativ spontan agiere und dann trotzdem noch zwei Videos in der Woche mache, aber dann meinetwegen nicht Samstag und Sonntag hochlade, sondern Dienstag und Donnerstag. Also im Groben und Ganzen wird sich da nichts ändern. Für mich ändert sich dadurch dafür umso mehr. Es ist natürlich, kann man nicht anders umschreiben, jede Menge Arbeit, die da auf mich zukommt. Ich habe einen noch strafferen Zeitplan. Ihr wisst ja aus meinen vergangenen Videos, dass ich Hof, Haus und Kinder habe, also rundherum eigentlich schon relativ viel, worum ich mich kümmere. Und ganz viel schreiben immer, Vanessa, wie schaffst du das? Wie bekommst du das unter einen Hut? Tatsächlich ist es einfach nur eine Frage des Zeitmanagements und der Zeiteinplanung. Ich arbeite tagsüber am Hof. Tagsüber verbringe ich Zeit mit meinen Kindern. Und nachts, wenn die Kinder im Bett sind, ist eigentlich meine Hauptarbeitszeit. Also ich habe da echt mit YouTube das Glück, dass ich mir das total flexibel einteilen kann, wann ich arbeite und wie viel ich arbeite. Und jetzt in den vergangenen Jahren habe ich schon immer so gehandhabt, dass ich einfach abends meine Computerarbeit und Bürokratiearbeit, Schreibarbeit alles erledigt habe, weil ich da einfach meine Ruhe habe. Und ich habe alles andere schon erledigt. Die Kinder hatten einen ereignisreichen Tag und sind dann im Bett. Und abends habe ich die Zeit für mich genutzt. Und genauso werde ich das auch fürs Buch handhaben. Ich komme zum Glück mit relativ wenig Schlaf aus. In den Sommermonaten, im Winter, wenn es draußen schon so früh dunkel wird und in der Früh noch dunkel ist, schaut das Ganze anders aus. Da mutiere ich dann eher zum Bär mit Winterschlaf. Aber ja, jetzt habe ich den Faden verloren mit dem Bär. Ich werde weiterhin einfach abends und nachts arbeiten und mir da einfach einen ganz klaren Arbeitspensumsplan schreiben. Und dann ist das alles umsetzbar. Was sich für mich noch endet, ist, dass ich jetzt auf jeder Tour nicht nur eine Kamera dabei habe, sondern dann zwei. Ich habe mir mit euren Spendengeldern schon vor, ich glaube zwei Monaten, eine Systemkamera gekauft. Das ist quasi die Weiterentwicklung von der Spiegelreflexkamera. Diese Kamera macht wahnsinnig gute Fotos. Und sie kann auch filmen, allerdings bin ich da mit der Funktion noch nicht so zufrieden, denn bei der Kamera, die ich jetzt habe, kann ich den Display umdrehen. Währenddessen ich jetzt in die Kamera schaue, ist hier daneben mein Display, in dem ich mich selbst sehe. Und das kann die Systemkamera nicht. Bei der kann man das Display nicht ausklappen und umklappen. Und da ist natürlich immer schwierig, so im Lagerleben zu filmen, wenn man nicht weiß, bin ich jetzt wirklich drauf auf dem Bild oder nicht. Wäre natürlich optimal gewesen, wenn ich in Zukunft nur noch die Systemkamera mitnehmen müsste, dann könnte ich die Fotos machen während der Tour und filmen gleichzeitig. Aber gut, das bekomme ich alles irgendwie hin. Es sind halt dann jetzt zwei Kameras und ich werde dann neben dem Filmen noch ganz viele Fotos von der Natur und vom Lagerleben machen. Denn dieses Buch wird auch mit wahnsinnig viel Fotos bebildert sein. Ich mag einfach Bücher, in denen viele Fotos zu sehen sind. Es spricht mich einfach viel mehr an. Natürlich erst das Cover, das muss aussagekräftig sein. Und dann möchte ich auch einfach eine bildliche Vorstellung von dem haben, was mir der Autor hier erzählt. Und darum finde ich es echt wichtig, dass viele Bücher, viele Bilder in dem Buch sind. Ich werde tausende Fotos machen. Ihr wisst ja, wenn ihr selber so ein bisschen im Bereich Fotografie unterwegs seid. Ihr macht von einem Objekt 20 Fotos und dann bleibt eins. Wenn ich Porträtfotos mache, dann sind es 100 Fotos und dann ist ein optimales Foto dabei, wo ich sage, ja, da stimmt alles. Lichtverhältnisse, Kameraeinstellung, Mimik und so weiter. Also da spielt halt wirklich echt viel rein. Und da werde ich auch sehr viel Zeit rein investieren, dass ich da einfach schöne und ansprechende Fotos habe. Es gibt einen ganz wichtigen Grund, warum dieses Buchprojekt jetzt überhaupt zustande gekommen ist. Und das seid natürlich ihr. Ich bin jetzt seit Dezember 2013 auf YouTube aktiv mit eigenen Filmen, mit Videoproduktion. Und jetzt, wenn ich so zurückblicke, kann ich eigentlich echt stolz auf mich sein. Auf mich und auf euch. Denn in diesen Jahren hat sich so viel entwickelt. Also diese Entwicklung hier auf YouTube, die war jetzt gerade in den letzten Jahren sehr rasant. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass ich jetzt mal, also dass ich in der Zukunft so weit mit YouTube komme, dass ich an dem Punkt stehe, wo ich jetzt bin. Und natürlich auch niemals, dass ich mich mit YouTube selbstständig machen kann. Und das wäre mir nie in den Sinn gekommen. Mein Gott, ich weiß noch, wie stümperhaft die ersten Videos waren. Da habe ich mir ganze Sätze auf Papier geschrieben und diese Sätze abgelesen. Und dann ganz, ja, man hat nicht flüssig gesprochen. Es war ungewohnt, mit einer Kamera zu sprechen. Die Sätze waren stockend und überhaupt nicht flüssig. Und Videoschneiden mit kostenlosen Schnittprogrammen, wo dann Wasserzeichen eingeblendet waren. Die Entwicklung, die auch ich gemacht habe und die die Videos gemacht haben, die ist natürlich extrem. Und ich bin schon stolz auf mich, ohne dass ich jetzt eingebildet klingen möchte, was ich da jetzt in all den Jahren geschafft habe. Und worauf ich hinaus möchte, all diese Entwicklungen, egal ob es jetzt eine neue Kamera ist, mit der ich jetzt in 4K-Film oder die Selbstständigkeit über YouTube. Und jetzt schlussendlich auch das Buchprojekt. Das ist alles nur zustande gekommen, weil du da draußen am Computer sitzt und meine Videos schaust. Und weil du mein Abonnent bist. Und weil du vielleicht auch einer von denjenigen Zuschauern warst, der in den Kommentaren geschrieben hat, hey Vanessa, schreib doch mal ein Buch, das würde mich interessieren. All das, das ganze Rundum-Paket ist nur zustande gekommen, weil ihr da seid, weil ihr meine Abonnenten seid. Und ich bin euch da echt unglaublich dankbar. Ich bin so froh, dass es euch gibt. Ich habe inzwischen echt eine große Handvoll Abonnenten, die wirklich seit der Geburtsstunde von Outdoor Bavaria mit dabei sind. Und mich immer unterstützt haben, nette Kommentare geschrieben haben, natürlich auch Abonnent sind. Und ihr habt den Kanal weiterentwickelt. Ohne euch wird das alles nicht laufen. Und ich muss, ich sage es euch immer wieder, weil ich, das ist einfach nichts Selbstverständliches. Ich bin echt froh, dass ihr alle da seid. Und ich bin dankbar, dass ihr da seid. Es ist toll, dass es euch gibt. Und ohne eure Kommentare und eure Zusprüche. Und auch die Nachfragen nach dem Buch wäre ich jetzt nicht an dem Punkt, wo ich jetzt stehe. Darum an dieser Stelle ein ganz ein riesengroßes Dankeschön an euch alle da draußen. Vor kurzem habe ich auf einem Werbeplakat gesehen, den Schriftzug, Erfolg ist kein Zufall. Und das ist ja tatsächlich auch so, nur wer wirklich hart arbeitet und viel Zeit investiert, der hat auch Erfolg. Und ich bin wirklich, ich möchte nicht eingebildet klingen, weil das bin ich nicht. Aber ich bin stolz auf das, was ich geschafft habe. Und dieses Buch ist so ein weiterer Meilenstein in meinem Leben, wo ich sage, ja, das ist toll. Da kann ich mir jetzt nichts darauf einbilden, dass ich sage, hey, ich bin jetzt feier Autorin. Aber wenn da einfach die Nachfrage da ist, und ich hoffe natürlich, dass bei meinem Buch eine große Nachfrage da sein wird, dass es sich gut verkaufen wird, dann bestärkt mich das insofern, dass ich sage, ja, du bist auf dem richtigen Weg. Ich meine, ihr würdet mir ja nicht zuschauen, wenn ihr nicht das gut finden würdet, was ich mache. Und meine Lebensweise, meine Einstellung, meine Naturverbundenheit, all das, das soll ja euch auch inspirieren. Und ich möchte natürlich auch gerade beim Pflanzenwissen so viel wie nur möglich weitergeben, dass einfach dieses alte Wissen nicht in Vergessenheit gerät und wieder neu entdeckt und neu wiederbelebt wird. Und ja, und ich kann mich einfach freuen, wenn der ein oder andere von euch auch Interesse an dem Buch hat und mein Buch kaufen möchte und mich insofern auch unterstützt. Und einfach nochmal danke, dass es euch gibt. Danke, dass ihr mich so unterstützt. Und ich finde es toll, dass ich jetzt an diesem Punkt bin, dass ich verkünden darf, ich schreibe ein Buch. Nur euch zu verdanken. Das voraussichtliche Erscheinungsdatum ist Frühjahr 2021. Aber ich lasse euch natürlich wissen, wann es dann letztendlich soweit ist, wann das Buch zu kaufen sein wird. Jetzt würde mich von euch natürlich noch interessieren, ob es irgendein Thema gibt, das euch besonders interessieren würde, wo ihr sagt, ja, bitte erwähnt es in deinem Buch, das finde ich wichtig oder das würde mich interessieren, was vielleicht jetzt in den Videos noch nicht so zu Wort gekommen ist. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, bitte immer gerne her damit. Ich habe natürlich schon ein Konzept, was genau wird nicht verraten, aber ihr könnt es euch denken. Wenn du eine Idee hast, wo du sagst, das muss unbedingt mit rein, lass es mich gerne wissen und schreib es mir hier unten in die Kommentare. Ich bedanke mich wie immer bei dir, dass du dabei warst, dass du dir dieses Video angeschaut hast. Und nochmal ein ganz großes Dankeschön für eure Unterstützung. Ich halte euch auf alle Fälle auf dem Laufenden. Macht es gut, habt eine schöne Zeit. Pia Deich!